Auf den Feldern von Transalore, wenn das Ende des Elften naht und kein Leben des Wesen die Unwahrheit behaupten oder die Antwort verweigern kann, wird man eine Frage stellen. Eine Frage, die nie und nimmer beantwortet werden darf. Die älteste Frage des Universums, versteckt und doch offensichtlich. Ja, aber wie lautet die Frage? Doktor Hu! Ich bin der Doktor. Und ich habe Angst.